In diesem Video präsentiere ich euch wieder mal ein Spiel, das ihr unbedingt gespielt haben müsst. Diesmal reisen wir in eine ferne, ferne, graue Zeit 2001 und schauen uns ein ganz spezielles Spiel an, was sehr nischenartig ist und das man unbedingt einfach mal gesehen haben muss, allein schon für die Animation. Denn das müsst ihr gespielt haben. Ich bin Kenji vom Schlangenklamm und mein Vater brachte Unheil über die Welt. Die Horden zerstörten, was immer sich ihnen in den Weg stellte. Ja, Battle Realms, ein absolutes Nostalgie-Feuerwerk. Für wen ist es gedacht? Naja, für alle Nostalgie-Fans, aber auch für alle, die 2024 vielleicht noch ganz alte Echtzeit-Strategie-Spiele sich antun wollen, die neue Mechaniken, Super Story und viele andere Dinge bieten. Denn Battle Realms ist in der Form als Echtzeit-Strategie-Spiel nie wieder kopiert worden, in meinen Augen. Es ist also ein Spiel, das ganz viele Besonderheiten bietet, die wir heute keinem anderen Echtzeit-Strategie-Spiel finden. Natürlich, wer sich jetzt abgeschreckt fühlt von der Grafik, von diesem Intro, der wird sich natürlich hier nicht wiederfinden. Es ist natürlich eine alte Grafik, aber ich kann euch sagen, dafür, dass es so eine alte Grafik ist, finden wir hier Animationen, die eigentlich heute noch manche Spiele, auch gerade Echtzeit-Strategie-Spiele, in den Schatten stellen. Von daher kann ich es euch nur empfehlen, das mal probiert zu haben. Es gibt die Zen Edition, wie ihr jetzt auch das Intro hinten ablaufen seht oder den Trailer ablaufen seht. Die kriegt ihr für ein Apfel und ein Ei. Da habt ihr auch die Animationen ein bisschen oder die Grafik ein bisschen aufgehübscht, könnt die Auflösung anpassen, was auch für mich ganz gut ist. Ich habe natürlich auch das Original gespielt, habe aber die CD nicht mehr, denn das ist ungefähr 20 Jahre her. Aber ich kann euch sagen, gebt diesem Spiel mal eine Chance. Und wenn es nur für die Kampagne ist, denn auch die ist einfach bombastisch vertont, wie ihr gerade gemerkt habt, und auch inszeniert und auch von der Idee her einzigartig. Ja, da wir eh schon auf die Besonderheiten eingegangen sind, gehen wir doch nochmal ein bisschen genauer auf die Kampagne ein. Denn ihr habt hier in diesem alten Spiel schon eine Branching-Storyline. Das heißt, ihr könnt euch hier verschiedene Zweige auswählen, die ihr relativ schnell auch am Anfang der ersten Mission festlegen könnt. Denn ihr könnt die Kampagne mit Gut oder mit Böse durchspielen. Das ist entweder der Drachen oder der Schlangenklang. Und diese Wahl ist schon mal etwas ganz Besonderes, denn der Spielstil und die Spielart der Kampagne wird sich dadurch massiv ändern. Dabei geht die Kampagne und auch die Kampagne des Add-ons auf düstere Themen ein, ist relativ ernst und hat trotzdem einen gewissen Charme und Witz dabei, sodass ihr wirklich Mission nach Mission Interesse habt, die Story weiter zu verfolgen. Also ganz die Stärken, die man eigentlich in Spielen erwarten sollte, wenn es darum geht, eine Geschichte zu verkaufen. Für weitere Besonderheiten gehen wir doch einfach mal ins Menü und hören uns mal an, wie das so öffnet. Ich spreche hier natürlich nur für mich, aber wie dieses Menü erscheint, ist ein derart pompöser Auftritt, der das Setting für Battle Realms perfekt zusammenfasst. Denn alles in diesem Spiel ist sehr pompös. Wenn es um die Animationen geht, um die Charaktere und deren Soundlines, es ist wirklich faszinierend und das macht das Spiel so besonders. Zusätzlich weist es ein ganz besonderes Kampfsystem und Einheiten-Rekrutierungssystem auf, was es so in der Form meiner Meinung nach nicht mehr gegeben hat. Was Battle Realms ganz klar zu einem absoluten Highlight macht, dass ihr spielen solltet. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber natürlich nicht unerwähnt lassen, dass die Zen Edition nur in Englisch zu finden ist. Ihr könnt euch bei Good Old Games, also GOG, aber natürlich auch die deutsche Standardversion, also die Originalversion runterladen. Da werdet ihr allerdings mehr Probleme mit Widescreen, Auflösungen und so weiter haben, wo ihr ein bisschen Problemlösungen betreiben müsst. Jedes Spiel von Battle Realms startet dabei relativ ähnlich. Ihr baut immer eine Hütte für eure Dorfbewohner und das am Wasser und am Reis. Denn ihr wollt Wasser und Reis sammeln, das sind eure beiden Ressourcen. Das ist relativ einfach. Ihr könnt 30 Einheiten haben. Auch das scheint relativ einfach zu sein. Kann man gut verstehen. Wir sehen hier zum Beispiel meinen Partner, da habe ich bewusst gewählt, den Lotus-Clan, den ich noch nicht erwähnt habe. Ihr könnt aber in diesem Video auch sehen, wie ich ordentlich von Lotus-Clan vernichtet werde, weil ich nebenbei quatsche und das Spiel auch nicht mehr so gut kommen kann wie früher, merke ich. Ich spiele aber hier gerade bei mir den Schlangen-Clan. Während der Lotus-Clan so verdorbene, fast schon untote Kreaturen besitzt, die mit Gift, Verwesung, Tod und Klingen arbeiten und Magie, ist der Schlangen-Clan der Clan, der mit Musketen, Kanonen, Alchemie und, ja, so ein bisschen Diebe, Banditen und so weiter arbeitet. Drachen-Clan dementsprechend natürlich der gute Clan, der mit so klassischen Schwertkämpfern aufgeht, Bogenschützen, Kabuki-Kriegern und so weiter und so fort. Und mit dem, add-on, mit der Erweiterung, kam der Wolf-Clan zu, der halt mit viel so Stein arbeitet, so Hammer, Hammerer hat, also Sledger, wie sie auf Englisch heißen, die halt mit so einem riesigen Vorschlaghammer einen auf die Mütze geben. Die haben dann Ballisten und Wölfe. Jeder hat also so ein bisschen sein eigenes Thema. Das heißt, spielen sich auch wirklich ganz anders. Alle von diesen Fraktionen haben auch Helden, die ich natürlich nachher auch nochmal zeige, wenn ich es denn schaffe, vielleicht mein Spiel zu überleben. Ansonsten ist es relativ simpel. Ihr merkt, ich baue hier einfach gerade meine Gebäude, wie immer beim ATS. Ihr haut hier einfach ein Gebäude nach einem anderen raus. Natürlich bin ich absolut ineffizient, weil ich eigentlich showcasen will, was man alles machen kann. Eigentlich geht es natürlich darum, ihr sammelt erstmal Ressourcen, pumpt euch langsam da die Ressourcensammler heraus und dann baut ihr Einheiten. Ihr seht aber, wie baue ich Einheiten. Und zwar geht ihr mit einer Einheit, mit einem Dorfbewohner, klickt auf ein Gebäude und dann wird diese Einheit produziert. Also die Einheit dieser Dorfbewohner muss vorhanden sein und dann kann er in das nächste Gebäude, oder in ein Gebäude hinein. Den Schwertkämpfer könnt ihr wiederum dann in das nächste Gebäude. Das wäre jetzt einmal hier haben wir die Taverne und die Schießanlage. Das schicke ich in die Taverne, kommt ein Schwertkämpfer raus, schicke ich in die Taverne und die Schießanlage, wirkt der Schwertkämpfer wiederum zu einem Banditen, schicke ich ihn in ein Alchemistenlager, wirkt er zu einem Fackelwerfer und so weiter und so fort. Und alle drei Standardgebäude, Schießanlage, Kaverne und Alchemistenhütte bringen jeweils andere Einheiten hervor. Ihr seht hier zum Beispiel mal so eine Lotus-Einheit, so ein Fasted One, der mit dem Maden aus seinem Körper die Leute angreift, was recht lustig ist. Also war früher auch immer ein absolutes Highline. Und ihr seht auch schon so einen Schwarzmagier, den die Lotus- oder den Lotus-Clan sehr gerne baut. Ja, und da sieht er den Armbrustschützen, der kann jetzt wieder, wie gesagt, in die Alchemistenhütte und wirkt dann zum Kanonieren, einfach eine super coole Einheit. Die haben halt alle eigentlich in jedem Clan extrem viel Style, weil sie halt natürlich einzigartige Bewegungen haben, wie man sehen kann beim Schwertkämpfer schon alleine, wenn man den mal ein bisschen rumklickt. Die haben auch alle einzigartige Kampfanimationen, die auch für jede Einheit ganz, ganz besonders sind. Doch die Vertonung, wenn ihr sie jetzt leise hören könnt, ist natürlich für jede Einheit einzigartig und nicht irgendwie so ein Stock-Audio-File, was man heutzutage bei vielen Spielen leider hat. Das kommt schon ganz klar in diese klassische RTS-Ära um 2000 herum, wo die Qualität extrem hoch war. Ja, und ihr seht, ich baue hier gerade Walus-Gebäude. Wichtig ist dabei noch zu erwähnen, dass ihr natürlich noch Pferde fangen könnt. Diese Pferde, da können eure Einheiten drauf reiten. Der Wolf-Klamm verarbeitet die zum Beispiel zu Moose. Dadurch werden die Wölfe dann größer und dann könnt ihr Wölfe da rausholen. Das sind dann noch Variationen, die es hier gibt. Ja, und dann geht es auch ein paar Sekunden später schon los mit dem Kampf. Da kommt so ein Typ vorbei, der mit seinem Erbrochenen auf uns rumschleudert. Wir sehen einen Schwarzmagier und einen Klingenwerfer. Er hat die Klingen um seinen Kopf herum und beschleudert uns dabei. Ihr seht, wie diese Animation, ich finde, das spricht einfach für sich. Deswegen ist hier einfach dieses Live-Potage am besten. Es spricht einfach für sich, wie jede Animation einzigartig ist. Und wir sehen können, wie zum Beispiel der Kanonier auch im Nahkampf dann nicht mehr irgendwie schießen kann, sondern auch nochmal X-Animations- Frames, sag ich mal, hat, die er nutzen kann, um sich zu verteidigen und dann leider ja den Kürzern zieht. Ihr seht die Musketenschützen hier. Im Fernkampf lädt er wunderschön mit einer tollen Animation nach. Naka-Fauter mit seiner Muskete drauf. Der Schwertkämpfer springt und hüpft, als wenn er, keine Ahnung, gerade den Spaß seines Lebens hätte. Selbst der Armbrustschütze, wenn er gerade den Tod ins Auge sieht, schlägt noch mit seiner Armbrust zu, mit seinem spitzenbewehrten Armbrust, um in irgendeiner Form Damage zu machen. Ihr seht auch immer, dieses Schwert oder der Pfeil ändert seine Farbe. Das ist auch sehr cool. Ihr könnt immer sehen, wie effizient ist eine Attacke. Es ist eine goldene Maus, also wie jetzt dieses Schwert, gerade beim Schwertkämpfer, dann mache ich sehr viel Schaden an der Einheit, die ich gerade anvisiere. Es ist dementsprechend Silber, weniger Schaden. Es ist Bronze, natürlich am wenigsten Schaden. Könnt ihr euch ja denken. Aber ein sehr guter Indikator, den ich zum Beispiel als Kind gar nicht wertschätzen konnte, den aber, ich meine jetzt heute, wenn man wirklich mal bewusst herangeht und versucht gut zu werden im Spiel und auf höchster Schwierigkeitsstufe zu spielen, den man natürlich beachten sollte. Ich wehre den Angriff hier ab. Das ist ganz nett. Ihr seht jetzt auch mal ein bisschen diese Ansammlung an Einheiten. Wir haben noch die Geisha dazu. Die Geisha, die heilt unsere Einheiten. Das ist also unsere Support-Einheit. Wir brauchen ja und ich versuche jetzt hier oben einen Wachturm aufzubauen. Wachtürme sind nicht einfach selbst schießende Anlagen wie bei anderen RTS, sondern bei Wachtürmen müsst ihr den bauen und dann setzt ihr eine Fernkraft-Einheit darauf. Das macht natürlich, gibt natürlich einen Riesenvorteil, weil die halt dauerhaft Fernkraft-Einbrüfe betreiben können. Aber natürlich, wenn der Turm kaputt geht, fällt die runter und ist natürlich sofort im Dippe durch. Ihr könnt außerdem in der Mitte des Bildschirms, deswegen halte ich mal kurz an, erkennen, dass wir eine neue Ressource bekommen haben. Und zwar bekommen wir Yin-Punkte. Das heißt, wir sind ja ein böser Clan und dementsprechend sammeln wir auch die dunklen Punkte. Diese Punkte werden generiert, einfach wenn ihr kämpft. Das heißt, während wir gerade abgeschlachtet wurden und abgeschlachtet haben, haben wir diesen Punkt generiert. Wofür ist der Punkt da? Damit könnt ihr in verschiedensten Einrichtungen, wie ein Schwertladen zum Beispiel und so weiter, Upgrades für eure Einheiten holen, wie man zum Beispiel hier sehen konnte. Während dieses chaotische Gemetze-Lutus-on-Lutus-Action im Hintergrund weitergeht und ihr euch an diesen vollen Animationen ergötzen könnt, die, denkt dran, 20 Jahre alt sind, kann man dazu noch sagen, dass dieses Upgrade-Verfahren natürlich einzigartig ist. Ihr könnt auch bestimmte Helden nur durch diese Punkte bekommen und da müsst ihr natürlich ordentlich sparen. Und da ist es auch nicht schlimm, einfach mal rauszugehen, so wie KI das auch richtig gemacht hat, ich natürlich nicht, bin nur in meiner Basis geblieben, einfach mal Einheiten rausschicken und schauen, dass man sich da bekämpft und einfach diese Punkte zu sammeln. Denn diese Punkte sind essentiell, um eben ein Reportage-Spiel zu gewährleisten. Ohne diese Punkte kommt ihr nicht voran, ihr könnt, wie gesagt, keine Upgrades fahren und könnt langfristig nicht gewinnen. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Punkte zu sammeln und zu gucken, worauf fokussiere ich mich jetzt. Denn ihr könnt die Einstellung zwar runterstellen und sagen, ich kriege die Punkte häufiger, aber sonst sind die schon endlich und ihr müsst schauen, dass ihr die auch intelligent benutzt. Denn ihr habt ja irgendwie so ein Risk-Reward-Verfahren, verliert ihr eure gesamte Armee, so wie ich konnte, dann habt ihr zwar ein paar Punkte bekommen, aber wenn jetzt dann eine andere Armee kommt, also dass ihr siegrecht wart, ein dritter Spiel bringt eine andere Armee, dann seid ihr natürlich dann verloren. Da bringen euch die Punkte in dem Moment dann auch nicht. Das heißt, ihr müsst natürlich auch schauen, dass ihr so balanciert vorgeht, dass ihr davon auch was habt und dass ihr damit auch einen Fortschritt in eurem Spiel gelingt. Also müsst ihr gucken, welche Einheit findet ihr gut, welche klappt gerade gut. Zum Beispiel die Musketeneinheit hier klappt mich gar nicht gut. Die mehr Nachkämpfer wäre vielleicht sinnvoller gewesen und die dann auch upzugraden, sodass sie besser durchhalten, besser austeilen können und so weiter. Zu meiner Verteidigung muss ich erwähnen, dass ich alle Computergegner auch zufällig gelassen habe. Die haben immer so einen verschiedenen Namen, Charaktereigenschaft und dadurch ergibt sich die Schwierigkeit. Das heißt, hier sind auch einigen KI-Gegner sich auf Hart eingestellt, womit ich natürlich am Anfang leicht überfordert bin und vor allen Dingen, wenn man irgendwas zeigen will. Jetzt will ich aber natürlich Rache üben und zeige euch dann hoffentlich ein bisschen mehr von dem Endgame. Ja, wie ihr sehen könnt, spielen wir jetzt mal einen Lutus-Clan und wir können folgendes erkennen, dass der Lutus-Clan nämlich Upgrades für seine Einheiten dadurch kriegt, indem er Dorfbewohner frisst. Jede Einheit kann automatisch nicht aktivierbar, sondern selbst aktivierte Fähigkeiten erlernen. Das heißt, es gibt hier einen hohen Skill-Gap. Wie kann ich mit den Einheiten vorgehen, wenn sie Skills haben, wie schnell setze ich die ein? Das kann ich zum Beispiel momentan gar nicht mehr, weil ich auf den Runden-Strategie spüren bin. Das muss man also wieder für sich lernen. Man sieht ja auch den Kampf. Wichtig ist, die Lebensregeneration bei den Lutus-Clan ist auch nicht vorhanden. Das heißt, wenn eine Einheit kaputt ist, muss sie irgendwas fressen, damit die wieder Leben dazubekommen. Dafür haben die natürlich andere Vorurteile, dass zum Beispiel diese Infested Ones und so weiter, die Maden und ihre eher brochene Gase oder sowas rausschmeißen, weil sie so tief korrupiert sind, natürlich recht viel aushalten. Ihr seht zum Beispiel am Magier, was hat das für Konsequenzen? Der Magier ist jetzt extrem langsam und kann jetzt auch von dieser dicken Balliste, die wir eben gesehen haben, noch kaputt gemacht werden, also zerstört oder getötet werden. Das Coole ist eigentlich, und das sieht man mit Magier sehr schlecht, dass die auch eine sehr coole Animation haben, wenn sie langsam verletzt sind. Dann gehen die so gebeugt, ziehen zum Beispiel jetzt beim Hammerträger den Hammer hinterher und man sieht halt deutlich, dass die geschwächt sind. Das ist beim Magier tatsächlich nicht so der Fall, aber hier bei den anderen Einheiten wäre das auch der Fall. Ja, das Wichtige ist halt, dieses Fressen ist natürlich einzigartig für den Clan Lotus. Andere Clans haben natürlich andere Möglichkeiten, Leben zu generieren und Fähigkeiten zu gewinnen. Zum Beispiel nehme ich meinen Wolf-Clan, den ich hier nicht vorstellen werde. Der kann durch Druidinnen euch dann Fähigkeiten jeder Einheit geben, so ein bisschen Charges hat, die kann ihr auch immer wieder nachladen, relativ simpel. Da finde ich das beim Lotus wesentlich schwerer mit dem Fressen, weswegen ich das auch nur bedingt mache, weil es halt schon anstrengend ist, dieses Micro-Management zumindest in meinem Level aufrecht zu heilen. Und ansonsten seht ihr, wie wir die Bars ausbauen. Ich schaffe es auch, diesmal Helden zu produzieren, was ich euch gleich zeigen kann. Und zwar sehen wir das jetzt hier. Das Gebäude, in dem Helden gebaut werden, ist immer extrem teuer. Fast immer so 600 Reis oder sowas, 500 Reis. Kommt halt auf die Aktion wiederum an. Ich will hier nochmal den Drachenklar nochmal action sehen. Der hat auch so coole Raketen, also Feuerwerksschießer, sag ich mal. Die Samurai sehen wir vorne, die wir relativ gut umkriegen und Sperrkämpfer, ganz klassisch. Na egal. Auf jeden Fall zu diesem Keep. In diesem Keep könnt ihr immer verschiedene Zen-Masters, also Helden nenne ich sie jetzt einfach mal produzieren, die immer sehr starke Attacken haben. Die sind aber bei weitem nicht unsterblich, das müsst ihr nicht denken. Und die kosten halt immer Yin, also diese Ressource, die ihr nur durch Kampf bekommt. Ihr seht oben links, baut gerade mein Dorf ohne ran. Außerdem habe ich hier noch diese Krypta der Brüder, das ist auch nur für den Lotus-Clan. Die haben also nochmal so Spezialeinheiten, die sie auch für einen Yin herbeirufen können. Diese Spezialeinheiten haben auch wieder eine Fähigkeit, können den Einheiten nämlich, im Gegensatz zum Fressen, auch nochmal andere Fähigkeiten geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt hier auf diesem Blade Master, oder Blade Runner, wie auch immer, oder diesen Diseased One, glaube ich, heißt, also dieser, der die Kotze schmeißt, draufklicken würde, könnte ich denen eine neue Fähigkeit geben. Diese neue Fähigkeit ist dann wieder einzigartig. Ihr könnt nicht mehrere Fähigkeiten auf einer Einheit haben, das ist schon mal ganz wichtig. Und für einen Yin, wie gesagt, könnt ihr euch diese, ja, Zwischenhelden holen, die sind jetzt nicht so stark, aber haben halt die Möglichkeit, eure Einheiten zu verzaubern, was ziemlich cool ist. Hier könnt ihr einmal die Auswahl der Helden sehen. Jede Fraktion kann außerdem die Ninjas bauen für einen Yin und relativ günstigen Preis, sind auch ganz nett. Und sonst seht ihr halt verschiedene benannte Helden, wie jetzt hier ein Korill, der kann halt teleportieren und hat halt starke Nahkampangriffe. Dann gibt es natürlich den Zenith, der halt der krasseste Magier ist, also der Chef der Fraktion eigentlich ist, kostet dementsprechend natürlich auch mehr Yin. Der Korill hat ja zum Beispiel ein Yin gekostet, es gibt zwei und dann, ich glaube, Zenith sind drei und die steigen halt dann natürlich auch in der Stärke. Wie immer variiert es von eins bis drei jeden Dir bezahlen. Das heißt, diese Viecher kann man natürlich nicht einfach mal so umsonst bekommen. Da müsst ihr schon auf jeden Fall immer was bereitstellen und viel gekämpft haben. Hier sehen wir nochmal, wie der Unclean Wonder langsam verletzt zurückkommt. Der ist schon seit einer halben Stunde unterwegs gefühlt. Der kann sich ja, wie gesagt, nicht regenerieren. Deswegen müssen wir da schauen, wie er wieder zurückkommt. Die Helden sind natürlich dann einzigartig, sind sehr stark, aber ihr werdet die auch immer wieder nachproduzieren müssen in so richtig festgefahrenen Maps. So wie jetzt auch hier zum Beispiel sieht man konstant überall immer Angriffe. Es ist halt ein extrem flottes Spiel. Ihr seht auch, wie die Einheiten rumzwirbeln, wirbeln. Das ist halt wirklich eigentlich schon fast so ein bisschen ein Kunstwerk, was man hier sieht. Und dieses Kunstwerk ist halt das Konstante draufbauen. Da werdet ihr auch immer wieder. Dieser Bruder ist sofort wieder tot. Ich gebe noch schnell eine Fähigkeit und dann kippt der halt um. Und dann habe ich natürlich gemerkt, ups, ich bin ja schon ein Pferd. Das hat schon eine eigene Fähigkeit. Da muss ich erstmal absteigen für und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt hier natürlich ganz, ganz viel Min-Maxim betreiben in der Strategie oder Skill-Level lernen. Gerade wenn man da reinkommt, ist es am Anfang schon sehr überwältigt, wie schnell das eskaliert das Spiel und wie schnell das hier losgeht. Ansonsten ist es natürlich immer noch ein klassisches echtes Strategiespiel. Ihr spielt halt euer Spiel, ihr baut Einheiten, versucht euer Gegner zu überwinden, versucht eure Ressourcen auszuhalten, denn der Reis geht auch weg. Wasser kann man immer eigentlich nachproduzieren. Der Reis wird halt immer weniger, muss man weitere Strecken gehen. Aber es ist kein Spiel, was darauf angewiesen ist, dass ihr euch Echsen baut, also neue Basen baut. Ihr müsst halt nur ein bisschen um die Pferde jetzt auf dieser Map zum Beispiel kämpfen. Aber ansonsten seht ihr, dass es hauptsächlich darum geht, Einheiten zu pumpen und sich gegen sich wirklich schön auf die Fresse zu geben und einfach dieses Animationsfeuerwerk zu beobachten. Das sind eigentlich, glaube ich, alle Aspekte, die wir bearbeiten können. Natürlich gibt es bei jeder Fraktion Unterschiede, die ihr aber einfach selber kennenlernen könnt. Ich könnte auch noch was über die Kampagne mehr sagen, aber auch da würde ich sagen, guckt sie euch einfach an. Und wenn ihr sonst mal Tutorials braucht oder so, da könnt ihr mir natürlich Bescheid sagen. Wobei ich glaube, so alt wie ich mittlerweile bin, sind die meisten von euch schneller drin in dem Spiel, wenn sie einfach schnelle Finger haben. Während ich natürlich hier eher der Rundenstrategiespieler bin. Und die Kampagne, da gibt es keinen Tipps, spielt sie einfach, die ist super cool. Das macht einfach richtig viel Spaß. Im Schluss noch ein paar Wochen zur Erweiterung und zum Setup. Die Erweiterung bringt auch nochmal eine Kampagne halt mit dem Wolf-Clan, den ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe. Und die Kampagne dreht sich darum, dass der Wolf-Clan durch eine Katastrophe in die Sklaverei gerät und sich durch Betrug eigentlich in dieser Lage befindet und jetzt Rache üben will und durch Greyback, den großen Anführer, geleitet wird. Der Kampagne gibt es jetzt keine Wahl, die spielt halt wirklich den Wolf-Clan hinaus, aus der Sklaverei und aus der Unterdrückung durch den Schlangen und den Lotus-Clan vor allen Dingen. Ihr werdet auch immer in beiden Kampagnen, sowohl vom Originalspiel als auch der Erweiterung, natürlich all die Helden, die wir da eben hatten oder die Zen-Master, die ihr rekrutieren könnt, auch kennenlernen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel Zeneph habt eben, ihr habt Greyback jetzt hier und Evraine als Mistress, die ja die Unterdrückung hier leitet in der Mine und ja, dann dementsprechend werdet ihr da alle Charaktere auch kennenlernen. Das ist halt so ein Charakter-basiertes Storytelling, sage ich mal, aber wie gesagt, hier gibt es kein Story-Brenching, ihr werdet nur den Wolf-Clan leiten, ihr könnt nicht irgendwie auf Lotus erstmal umswitchen. Ich habe auch nicht mehr so tiefe Erinnerungen an der Kampagne wie an die Kenshi-Reise, die war auf jeden Fall zumindest gefühlt besser als der Wolfs-Clan, aber ihr hört trotzdem an der Vertonung und so weiter, dass es sich lohnt, einfach da mal reinzuschauen, wenn ihr sagt, die Kampagne von Kenshi war super, dass ihr damit einfach noch mehr bekommt, was ihr euch halt einfach reinziehen könnt, wo ihr vielleicht noch mehr Stunden Spaß aus diesem Spiel heraus holt. Wie gesagt, wenn ihr da noch immer Bock habt, dann haut ihr halt die Skirmishes raus, um euch wirklich endgültig in einen Meister vom Battle Realm zu verwandeln. Bevor wir zum Auto kommen, noch mal ganz kurz die Setups, die wir wählen können. Ihr habt ja all die Karten, die es gibt. Es gibt keinen Zufallsgenerator hier, sondern ihr habt diese Liste an Karten, die ihr sehen könnt. Das bietet einiges, so dass auch für jeden irgendwas dabei ist. Bis zu acht Spielern könnt ihr haben, die ihr sehen könnt. Maps sind in meinen Augen schon immer recht ähnlich gewesen. Es gibt natürlich immer Favoriten. Da muss man sich einfach selber reinfinden, was finde ich gut, welches finde ich nicht gut. Welches bietet so die Mischung aus purer Action, aber auch so ein bisschen strategischer, Nuance. Das müsst ihr aber selber sehen. Ihr könnt dann hier oben halt wie gesagt diese KIs einstellen, die verschiedene Härte haben. Ein bisschen nervig, wenn man die nicht auf Random stellt. Das heißt, ihr könnt einfach sagen, lasst es so, weil ihr dann eben von leicht bis schwer alles bekommt. Cool ist halt, dass ihr hier ganz viel Sachen noch einstellen könnt. Ihr könnt die Population, also von 30 noch erhöhen, damit ihr mehr Soldaten habt. Ihr könnt die Startressourcen erhöhen, ihr könnt mit mehr Softwarewohnungen anfangen, ihr könnt mehr Pferde da sein, ihr könnt schneller eure Punkte oder langsamer. Die ganze Sache finden, ihr könnt natürlich auch die Reißrate runterstellen und so weiter und so fort. Und ihr könnt die Geschwindigkeit des Spiels, wenn es euch zu schnell läuft, auch nochmal herabsetzen. Also ganz klassische Sachen, aber schon mehr als vielleicht manche aus der Zeit an Echtzeitstrategiespielen halt boten haben. Aber jetzt natürlich auch keine übermäßige Besonderheit, wenn wir jetzt zum Beispiel World of Warcraft 3 vergleichen, das natürlich da nochmal deutlich mehr bietet, auch gerade, da man eigene Karten sehr easy erstellen kann. Das ist glaube ich hier nicht möglich, aber da könnte mich gerne jemand korrigieren. Ich habe da auf jeden Fall nie Maps gebastelt, aber World of Warcraft 3 war ich natürlich in absoluter Sucht wieder drin, ganz klassischer Nerd. Aber hier habe ich das eigentlich nie getan. Ich glaube, es ist nicht möglich. Es sind in Skirmish auch keine neutralen Fraktionen oder sowas, es ist wirklich nur, ihr gebt euch auf die Mütze und das ist das Spiel dann. Kommen wir zum Fazit. Also wie ich schon jetzt mehrfach gesagt habe, es ist ein extrem schnelles, dynamisches, echt sehr Strategiespiel mit unglaublichen Animationen für die Zeit, aber auch in meinen Augen bis heute hin, dass es einen auf jeden Fall fesseln kann und dass man unbedingt mal gespielt haben muss, weil es auch eine sehr ernste Story hat und das auch sehr gut verkauft mit Fortuno und so weiter. Es kommt ganz klar aus der Generation Warcraft 3, das sieht man finde ich auch sehr gut an der Grafik, ist aber natürlich durch die Warcraft 3-Hype, die Starcraft 5-Hype und so weiter sehr untergegangen. Da kam Battle Realms irgendwie nicht durch, nicht an. Hatte vielleicht zu wenig Nuance für manche Spiele, ich weiß nicht genau, aber es ist halt schon auch ein gewisses Kunstwerk, das auch bis heute noch vielen Leuten einfach in Erinnerung ruft. Also ich auch habe es gesehen und gedacht, ja, Battle Realms, das ist einfach ein super cooles Spiel gewesen, hat mich auch sehr geprägt. Natürlich ähnlich wie Warcraft 3, aber hat halt natürlich in der Gesellschaft nicht so einen Impact. Deswegen kann ich euch nur sagen, spielt es einfach mal, spielt nur die Kampagne, wenn ihr wollt, ihr kriegt das für 7 Euro oder vielleicht auch bei GOG für 7 Euro, das ist kein Problem, man kann es sich auf jeden Fall mal antun und definitiv macht das Laune, wenn man sich nur einfach einen chaotischen Kampf anschaut und sieht, wie diese Einheiten sich gegenseitig auf die Mütze geben, das ist einfach Faszination pur. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr wisst, was das zu tun habt, wenn ihr andere Videos sehen wollt, klickt gerne immer auf die Playlist unten, dann könnt ihr euch weitere, müsst ihr gespielt haben, angucken, Tutorials oder sonst was. Haut rein!